Liebe Freunde, bald ist Weihnachten. Eine wunderschöne Zeit der Besinnung und der Liebe beginnt. Denn es ist die Liebe, welche du an diesen Tagen besonders tief in dir und zu den Menschen fühlen kannst. Es ist diese eine bestimmte Liebe, welche alle Hindernisse überwinden kann, welche alle negativen Dinge erlösen kann und alle Menschen in Frieden verbindet. Es ist eine Zeit, in welcher Wunder geschehen können. Und wenn wir alle zusammen daran glauben, dann wird es auch so sein. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, was du dir selbst wünschst und dass das Licht der Liebe dich immer begleiten soll.